Ich habe heute für euch wieder eine richtig süße Idee, wie ihr noch mehr Ordnung in eure Schulsachen bringen könnt. Dafür faltet ihr so ein Blatt in eurem Block um und dekoriert es richtig süß mit so einer Regenbogenwolke. Da könnt ihr dann noch euer Fach draufschreiben, in die Wolke zum Beispiel euren Namen und schon seid ihr fertig.